Ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste in der Töpferei Tünsch. Wir sind die älteste produzierende Töpferei im Elbe-Elster-Kreis in der Niederlausitz. Wir bestehen seit 1833. In unserer Töpferei machen wir unseren Ton noch selber, angefangen vom Rohton, wie er aus der Grube kommt, bis hin über die Tonaufbereitung. Wir machen hauptsächlich Gebruchskeramik, von A wie Asch bis Z wie Zwiebeltopf, über Kuchenform, Brotbackform, Knobitöpfchen, Schüsseln, wie gesagt, hauptsächlich Sachen zum Gebrochen. Selbstverständlich machen wir auch unsere Glasuren alle selber, deswegen sind unsere Glasuren auch lebensmittelecht. Da wir ja Kuchenform machen, kann man diese auch zum Kuchenbacken benutzen, beziehungsweise auch die Brotbackform in die Backröhre schieben. Nebenbei machen wir auch Besichtigungen und Keramikhose. Über einen Besuch Ihrerseits wollen wir uns ganz herzlich freuen. Ihre Töpferei Tonsch. fröhres zur Töpferei Tonsch. Untertitelung des ZDF, 2020